Tod? Noch welche? Hab beide? Wo haben wir gelegt? Wo haben wir gelegt? Du bist sympathisch, du bist sympathisch. Ich küsse den jetzt. Ja komm, lass abhauen. Ja, ich zieh auch mit Spider-Man durch. Ja, ich zieh durch. Schon gerade waren wir mit Spider-Man durch. Oh, der hat mich in den Luft geholt. Was geht ab, YouTube? Willkommen zu diesem Gaming-Video hier auf meinem Gaming-Kanal. Wir sind live im Stream, Chat. Ich fühle dich, Digga. Wer sagt? Ich seh heute wieder ein bisschen Fortnite-Random-Teams. Auf ganz entspannt. Ja, gucken, was dabei entsteht. Squad-Teams, Random-Teams. Hallo? Hallo? Hallöchen? Hallo? Moin Moin. Was geht ab? Alles gut, und bei dir? Dankeschön. Alles entspannt, Digga. Wo landen wir? Shifty. Bist du gut? Nino? Bist du gut? Geht, ist in Ordnung. Kann man machen, würde ich sagen. Seid ihr Freunde? Ja. Ach cool, freut mich. Warum lachst du jetzt? Was lachst du deswegen nicht, Julian? Ja, verstehe ich auch nicht. Vor allem, Julia, da laufen euch wie die Zahnräder, die laufen euch nicht ganz runter. Ja, man, nix mehr. Hör mal, warum gehst du da alleine zur Brücke? Guck mal, der Geil hat sich jetzt in Spider-Man. Hast du uns einfach einen Stich gelassen, ne? Egoist. Nee, Egoismus. Wir haben gesagt, wir gehen Shifty. Ja, und ich bin woanders hingegangen. Ja, Egoismus. Hä, du bist doch bei mir? Was willst du denn jetzt von mir? Ja, ich bin auch da gelandet. Können wir zwei euch vielleicht was für die einigen und mal bitte nach Shifty gehen? Ich helfe dir gleich, ich helfe dir gleich. Da kann man nicht mehr helfen. Da kann man nicht mehr helfen. Jetzt gehst du wieder in die andere Richtung. Ja, ich will das Lama haben. Ja, ich heiße immer auf das Lama. Nee, ich will mein Lama haben. Hier bei mir sind zwei Leute, einer ist fast tot. Ja, komm, komm. Die sind drei Leute. Jawoll, ja, keine Sorge, ich komme. Oh, ist er tot? Was war das denn jetzt? Soll ich das jetzt alleine machen? Euer Ernst? Die sind schon seit 10 Minuten tot. Am Ende fragt man sich immer, woran hat er gelegen? Sag natürlich immer, woran hat er gelegen? Woran hat er gelegen? Woran hat er gelegen? Warum immer, woran gelegen hat. Du bist sympathisch. Ich küschte ihn jetzt. Jetzt fragen wir sich trotzdem, woran hat er gelegen, dass ich sympathisch bin. Darf ich fragen, wo du herkommst? Ich? Aus meiner Mama. Ich habe noch nie so einen witzigen Team gefunden, wie der hier. Ey, ich habe einen Klauen gefrühstückt. Oh, jetzt geht's ab. So. Da kommen wir hinein, dich. Und jetzt. Jawoll. Und auf. Und zack. Und rum. Und auf. Bessels. Bessels du, Nino. Hallo, ich muss sich konzentrieren. Dann machen wir was. Du musst aber nix hier, ne? Hör mal. Hör mal. Was ist denn los hier? Oh, hier. Mach mal voll die Kiste. So, der hat eine Schrotfinte gehabt. Der hat aber die schlechteste Schrotfinte, die du da haben kannst. Komm mal her hier. So, Digga. Ich hole dich wieder. Seid ruhig. Ich hole uns wieder. Ich muss halt hören. Ich kann eh nur alleine jemanden. Seid ruhig. Ich hole noch gerade. Warte fünf Sekunden. Lass dich wiederholen. Seid ruhig. Ich muss hören. Okay. Jalla. Wo ist die andere Karte? Komm her. Es gibt ein Sauf-Paket. Auf meinen Nacken. Den Sixer Bier. Jalla rein mit dir. Kann ich dich mal was fragen? Was willst du mich fragen? Weißt du, was ein Siebener ist? Ein Siebener? Ein BMW Siebener? Nee. Ein Siebener. Bulldog. Ein Hund? Ein Traktor. Eine Bulldogge. Französische Bulldogge. Ein Traktor. Ein Traktor. Kenne ich, aber bin ich noch nie gefahren. Echt? Nee, ich schon. Ja? Bist du Bauer? Ja. Nee, ich nicht, aber der Hannes. Aber warum fragst du mich das? Versteh ich nicht. Einfach nur so. Wolltest du flexen? Weil du mit dem Traktor gefahren bist oder was? Ja. Weil der läuft. Ich hatte einen Hits. So. Einer. Einer in Rogo. Einer. Juni, Jungs. Juni, hinter dir. Da geht's doch noch gut ab. Ja, warte. Er kriegt von mir ein paar Granaten gegen seinen Kopf. Mach entspannt. Oh, okay. Ich kriege Schüsse. Ich hab 11 HP. Juni, hinter dir. Ich hab ihn. Juni, du schön gemacht. Ich krieg dein Herz. Ja, komm, lass abhauen. Ja, ich zieh auch mit Spider-Man durch. Ja, ich zieh durch. Oh, der hat mich in der Luft geholt. Ach, scheiße, Digga. Wie kann der mich in der Luft holen? Das ist doch frech, Alter. Ja, Digga. Okay, das hat mich sehr gefreut, Jungs. Macht euch einen schönen. Servus. Servus. Gott, sicht mich über meine Seele. Chucky Boy is back, Felix, Dead Boy Yellow. Hallöchen, Pupülchen. Was machen Sachen Sachen? Was machen Sachen? Oh, der hat einen geilen Skin, ey. You so fucking precious when you smile. Hallo? Hallöchen, wer ist das hier? Chucky? Ja, das ist richtig. Hör mal, du hast einen richtigen schönen Hintern in der Hose, Digga. Oh, danke. Darf ich mal? Gerne. Ehrlich? Bist du so eine? Ja, ja. Was geht ab, Kollege? Was geht ab, Jungs? Könnt ihr alle Deutsch? Warum machst du alleine? Okay, komm, lass Johns es. Ich mach dir alleine. Lass Johns es. Du musst reden, kommunizieren. Ist das so schwer? Wie heißt du, mein Gova? Wie heißt du, mein Habibi? Habibi? Ich heiße Elias Bruder. Ich würd' sagen, Voll Loot und Allarein, oder nicht? Bist du YouTuber? Wie kommst du drauf? Das fragt mich irgendwie jeder, Digga. Weil du seine Stimme hast. Dankeschön. Ehrlich, YouTuber oder Pornostar 1 von beiden? Oh, Pornostar, ich küss dein Herz. Aber Pornostar hab ich gekündigt. Hatt ich keinen Bock mehr drauf. Schmal fühl dich, Digga. Ey, Abdel Rosen, komm mal her. Ich heiße Abdel Omer Abdelkader. Nur ohne das Abdel, sondern Mohammed. Mohammed Omer Abdelkader. So kannst du mich nennen, oder Momo? Momo. Momo. Ja, zum Glück haben die auch dieses Sliden hier reingepackt, ne? Jungs, sollen wir langsam ein paar Gegner fetzen hier. Action, Jackson. Ah. Warte mal, hier läuft doch einer, oder? Oh. Hab ihn. Tod? Noch welche? Hab beide? Ah, hier. Das hab ich mir jetzt verdient. Das hab ich mir aber reichlich verdient, Digga. Von wem? Von dir, Felix? Oder? Nein, der Hände. Er ist tot. Er ist tot. Top Danger, Digga. Sein Name ist auf jeden Fall nicht Programm. Hab ich? Hab ich? Den Tod, wollen wir den noch holen von ihm? Safe. Ne? Alle mit. Bis umsonsten. Vor uns, vor uns. Vor uns, vor uns. Vor mir, ja? Vor mir, ja? Da kommen zwei Slides hin. Ah, ich bin geholt worden. Gute Ernährung macht sehr viel aus. Ich fühl mich auch sehr, sehr gut heute. Hallo? Blöde Kuh. Ich wurde gezogen, den Namen zu nennen. Von wem denn? Von... jemandem. Oh, du bist aber sehr, sehr jung, Kollege. Kann das? Ja. Wie alt bist du denn? Sieben. Du bist sieben Jahre jung? Ja. Das freut mich. Hast du noch einiges in deinem Leben vor, ey? Ja. Und du bist? Ich bin das... Dreieinhalbfache. Der Bri hat auf jeden Fall so einen Voice Changer in sich, oder? Was ist das? Was ist das? Das kannst du mir doch am besten beantworten. Hallo. Was geht ab bei euch, Jungs? Alles gut. Wenn du gewinnst, kriegst du 100 Euro, ja? Von dir? Hast du überhaupt 100 Euro? Ja, ja. Mr. Gilbert. Hast du geliehen von Kollegen? Ey, bist du echt Mr. Gilbert? Nein, Junge. Warum kriegst du denn 100 Euro? Wenn wir Gewinn machen jetzt? Ich schwöre jetzt schon, ne? Wo sollen wir landen, Jungs? Hä? Wo sollen wir landen, Jungs? Wo sollen wir landen, Jungs? Shifty? Sag mal Namen. Sag mal Namen. Sag mal Namen. Shifty. Wie heißt das? Wie heißt das? Twitch, Mann. Ich weiß gar nicht, was ihr meint, Jungs. Lass mal Shifty. Ey, der ist live. Ich schwöre alles jetzt live. Was? Der ist live. Ich schwöre alles. Halt's Maul. Ach du Scheiß, Alter. Ich bin wieder tot. Ja, Jungs. Keine Aufregung. Lass mich nicht verkacken jetzt. Ah, ich bin tot, Jungs. Hinter mir, vor mir, links, rechts. Maestro, starke Sache. Ich krieg rein. Komm, hol mich. Komm, schaffst du. Schade, Maestro. Ach, schade, Jungs. Einen wunderschönen Abend an euch, Jungs. Lass mich nicht gut gehen. Ey, krass, Alter. Ist der schon weg, oder? Schade. Digga, hä? Ich komm gar nicht klar, ja? Hä? Digga, das werden wir uns nicht glauben. Unser Name, er sagt nicht. Nein, das war der trotzdem. War das wirklich? Ja, normal war der, ich hab ja Twitch geguckt, ja. Auf einmal, ich hab Scheiße einfach, ja? Wenn der Komponente schelst. Ich hab gar nichts gecheckt. Süßte Jungs, ja. Grüße gehen raus, Andi. Ja, bleib stabil, Jungs. Ja. Richtig süß. Ich würde an der Stelle das Fortnite-Video beenden. Lass mich immer noch mal um, na. Abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Peace. Peace. Vielen Dank.